Hallo, ich heiße Michael Erhard, ich arbeite bei der IG Metall in Frankfurt und wähle die Linke deswegen, weil sie ganz besonders gegen Rassisten und gegen Rechte aktiv ist und weil sie die soziale Frage, die in unserem Land ein Riesenproblem ist, konsequent angeht. Rechte Konzepte und Rechte Parteien haben in der Vergangenheit immer schon zu Unfreiheit und sogar zu Kriegen geführt. Die Linken waren immer schon ein Bollwerk, sie sind es auch heute und wir kämpfen für die Freiheit, für die Demokratie und natürlich für die soziale Gerechtigkeit. Hallo, mein Name ist Tim Dreyer, ich kandidiere für die Linken zum Hessischen Landtag, weil die Linke die Partei ist, die sich dafür einsetzen wird, dass der Sanierungsstau an hessischen Schulen endlich beendet wird. Außerdem ist die Linke die Partei, die den Unterricht modern gestalten möchte. Das bedeutet längeres gemeinsames Lernen, kleinere Klassen und eine partnerschaftliche Arbeit von Lehrerinnen und Lehrern, Sozialpädagogen in multiprofessoralen Teams. Hallo, mein Name ist Petra Heimer, ich bin Direktkandidatin im Wahlkreis 28, das ist der Rheingau. Und mir ist ganz besonders wichtig, dass wir den ÖPNV vorantreiben. Gerade im ländlichen Raum haben die Menschen ganz große Schwierigkeiten, von A nach B zu kommen. Deswegen brauchen wir Busse, die häufiger fahren und Schienen, Bahnen, die öfter fahren und dafür setze ich mich ein. Ich wähle die Linke und ich bin Mitglied der Linke, weil sie eine Friedenspartei ist und jetzt denken wahrscheinlich die meisten, das ist eher ein Bundesthema als für die Landtagswahl, aber das ist nicht so. Denn diese Waffen, die der Bund exportiert, die werden auch bei uns in Hessen produziert. Das sind zum Beispiel die Leopard 2-Panzer, die in Kassel produziert werden oder ob es nur die Schutzausrüstung für die ägyptischen Sicherheitskräfte sind, die auch nicht gerade gut mit der Bevölkerung gehen, die im Landkreis Fulda produziert werden. Und ich denke auch, aus Hessen heraus müssen wir da Druck aufbauen und ich denke, das ist auch etwas, was die Menschen was angeht. Vielleicht wird das nicht so bemerkt, aber es ist wichtig. Und wir alle müssen gemeinsam dagegen vorgehen und zeigen, das ist nicht der Wille der Menschen in Hessen. Dr. Ulrich Wilken, Die Linke, Frankfurt Nordend. Es gibt zum Glück eine linke Opposition in diesem Land, die gegen diese soziale Ungerechtigkeit ist, die gegen diese Mietpreisexplosion ist, die für einen sozial-ökologischen Umbau sind, die die Flüchtlinge retten wollen, die Flüchtlinge hier integrieren wollen. Und diese linke Opposition, die muss auch wieder im nächsten Landtag vertreten sein. Ich hoffe, ich bin dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.